ich wäre gerecht und wunderschön an mein schloss ich hätte ein schloss aber nachhaltig gebaut aus pappe ja und alle könnten vorbeikommen es gibt immer so parties in dem schloss ja natürlich gleichberechtigung für alle und das wäre glaube ich so das wäre dann so dieser luftleere raum von der positionation wo man das mal testet was passieren würde also ich fände ja geil wenn es so ein ministerium gäbe was sich darum kümmert dass so fakten eingehalten werden wenn leute dinge veröffentlichen und das ist schwachsinn was da geschrieben dann dann muss das eingeordnet werden also es muss immer klar sein dass das quatsch ist weil ich finde das so dass wir so in der zeit leben wo so diskussionen manchmal nicht mehr möglich sind wenn leuten einfach wenn leute sagen nee diesen fakt den glauben wir nicht wir glauben nicht dass weiß ich nicht die erde rund ist oder so dann ist es so schwierig so ein ministerium wenn man will halt wenn man welchen braucht dann kann man geht man halt das gibt doch so firmen die sagen ja ihr könnt arbeiten wie viel ihr wollt und dadurch arbeiten die leute dann erst richtig viel weil die angst haben dass die die einzigen sind die den urlaub nehmen ja ich würde sagen nehmt euch so viel urlaub wie ihr wollt natürlich im süden wobei klimawandel leute ist wahrscheinlich egal am meer schloss am meer ist immer schön kühl im schloss also ich glaube ich es geht von allem was für jeden zum guter und guter mix aus so so basics so was wie milchreis kartoffelpüree fischstäbchen ab bis zu high end schaum von fischstäbchen fußball frauenfußball natürlich vielleicht so eine mischung aus viva colonia und irgendwas klassischem so was was das ganze so bissel staatsmännisch macht also eine mischung aus viva colonia und und new york new york new york oder so was